Hallo Wanderer und Autofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Wir sind in Freudenburg im Kreis Trier-Saburg und gehen heute mal wieder einen Seitensprung vom Moselsteig die König-Johan-Runde. Ja und wenn ihr uns wieder begleiten wollt, dann kommt mit. Ja noch so ein paar Infos zur Wanderung. Die König-Johan-Runde ist wie lang Eva? 11,9 Kilometer glaube ich. Genau und Höhlenmeter waren ungefähr 220. Ja und der Anstieg soll vor allem so zum Schluss sein. Und ja ist wieder ein Moselsteig-Seitensprung. Und ja wir sind mal gespannt. Bisher sieht es ganz nett aus vorne am Stadttor gestartet. Und jetzt gehen wir hier unten unterhalb der alten Stadtanlage entlang und dann wieder hoch zur Burg. Und dann soll die Tour aber noch so ein paar andere Highlights bereit halten. Genau und die ist ziemlich gut bewertet und auch relativ neu. Ich glaube vor zwei Jahren wurde sie wohl gegründet. Da sind wir mal gespannt. Ihr seht hier die Ruine der Burg Freudenburg. Damals, wo 1935, wo die durch König Johann gebaut wurde, ist die ganze glaube ich Freiding zuerst. Die Burg wurde mit 16 Leuten besetzt. Das weiß man auch von damals. Und ja war schon eine schöne Burg. Und gerade auch wenn ihr hier vorne guckt, da sieht man dann ein altes Burgtor mit dem Durchgang. Und dahinter liegt dann auch eine kleine befestigte Stadt. Also Freudenburg an sich. Das halt eine schöne kleine Stadtbefestigung war. Und hier sieht man halt noch schön so die Verzierungen in den Fenstern und so. Schöne schöne Burg. Die sollte man auf jeden Fall mitnehmen hier auf der Tour. Bietet sich auch an. Auch hier ganz tolle Aussicht. Ich würde es mal noch rausschauen. Über das ganze Land rundherum sieht man dann hier von nach Luxemburg nach Frankreich. Weil hier genau in der Grenzregion liegen. Ich würde es mal in der Grenzregion. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020